Hallo und willkommen zurück zu Sheninias Let's Plays. Wir waren gerade in Wonderland unterwegs, beziehungsweise generell sind wir eigentlich schon bei Peter Pan, beziehungsweise dem Entwurst von Halloween Town. Aber ich reise gerade umher und suche vergessene Sachen, übersehene Sachen, beziehungsweise will ich nicht mal sagen übersehene Sachen, sondern haben wir jetzt einfach die Möglichkeit schon höher zu springen und dadurch kommen wir an viele mehr Items dran. Musik Können wir die schon öffnen? Nein. Ich glaube, neue Briefe habe ich auch noch nicht. Nein. Mit Sid wollte ich auf jeden Fall sprechen und mit den Viechern oben. Okay, er hat nichts. Lol, ist immer noch verschlossen. Ich wäre der Meinung gewesen, dass ich da von oben schon reinkam. Du hast bestimmt nichts Neues für mich. Ich habe gar keinen Eisring. Aber ich werde mir jetzt auch keinen kaufen. Ach, bestimmt weil ich mir ein Eis rar gemacht habe. Was? Man sagt, ein Junge hat das Turnier gewonnen, Coco. Spricht der von dem Turnier beim Olymp? Wenn ja, dann war ich das. So, jedes Mal einmal. Experience Ohrringe wären natürlich ziemlich cool. Was fehlt mir dafür? Ach, Radtropfen, Mitriltropfen, Freudenstein. Oh, da war gerade ein Tonhänger. Oh, da war gerade ein Tonhänger. Na gut. Hier war ja so ein kleiner Boss, den ich noch nicht besiegt habe. Und ansonsten wollte ich zu den Welpen eigentlich. Da war ich so gut. Da war ich so gut. Die Gugel rusht einfach doch deren Panzer. Das sieht so aus. Das ist mal wahr, scheinbar nicht dabei. Dann ist das wirklich nur ein kleiner Zwischenboss. der immer mal wieder kommt wahrscheinlich. Das war nur Traversmitte. Ich wüsste jetzt auf Anhieb auch nicht, ob hier noch irgendwas war, was ich vergessen haben könnte. In den Häusern denke ich nicht. Hier ist höchstens ein Zeichen, aber das kann ich sicherlich noch nicht benutzen. Genau das Weiße. Das ist für später. Das war glaube ich zu Merlins Kammer. Apropos, bei Merlin könnte das gewesen sein. Und hinter Merlins Haus war ja auch ein Item eigentlich. So, sagst du was Neues? Nö. Hast du vielleicht noch was? Auch nicht. Aber ich glaube ich hatte keine Seite. Keine neue zumindest. Weil wenn, dann bin ich immer gleich hingegangen. Na, das war schon noch immer. god what? No. Ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Ich mit der Aufregung. Danke. Ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Dann schaue ich mal kurz hinters Haus. Aber ich glaube nicht, dass ich da schon rankomme. Dazu fehlt mir auch was. Have a nice day. So kann man dann auch wo trainieren. So kann man dann wiederholen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und dann gehe ich zu den Welpen. Okay, das sind nur die Scheiter, die ich damals hatte. Oben dürfte eigentlich auch nichts mehr sein. Okay, das war's. 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 Yeah. Okay. Eine weitere Sequenz, also auch ein weiteres Geschenk. Ein Mithril-Erz, okay. Hallor, eine Seite. Nochmal Mithril. Finalelixier, ui. Also man kriegt scheinbar auch gleich mehrere Sachen. Ich geh jetzt trotzdem nochmal rein raus. Aber mit der Seite können wir ja dann doch gleich wieder zu Merlin zurückgehen. So, reden kann ich mit euch nicht. So, der kürzeste Weg zu Merlin. Geht's hier lang? Nee. So, der kürzeste Weg. Da-dum. So, der kürzeste Weg. So, ich bin mit euch. So, ich weiß nicht. So, ich bin mit euch. So, ich bin mit euch. Untertitelung des ZDF, 2020